Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever. Ich habe bewusst mal jetzt hier diesen Ausblick gewählt, denn jetzt kommen zweimal Züge, die anliefern. Ich wollte mal kurz gucken, ob der zweite warten muss oder ob das alles passt. Da kommt er. Der andere hat gerade abgeliefert. Ja doch, scheint so, als ob er ein bisschen bremsen muss. Ja, muss kurz anhalten. Ja, gut. Aber ganz kurz nur. Und wir haben zwei Züge auf der Linie oder haben wir da mittlerweile mehr Züge auf der Linie? Drei, okay. Wo ist der dritte? Ich denke mal, dadurch, dass er es kurz gebremst hat, haben die dann irgendwann den richtigen Takt. Du bist abgebogen, belieferst jetzt Mato und der andere lädt gerade auf. Das sieht nach einem guten Takt aus. Hier könnten wir nochmal vielleicht ein paar Fahrzeuge auf die Linie setzen. Ja, der kommt nämlich nur mit zwölf Broten an. Deshalb würde ich sagen... Ja, da können wir mindestens nochmal drei auf die Linie tun. So, dann vielleicht liegt es auch daran, dass er nur deshalb so wenig mitnimmt. Ich hoffe, es liegt nicht an der Versorgung oder an der Anlieferung. Denn sonst müssen wir für zwei Millionen wieder einen Zug kaufen. Und das wird teuer. Ja, wir haben 2,5 Millionen als Darlehen. Knappe eine Million gerade im Geldbeutel. Jetzt ist die Frage, wie weit kommen wir mit einer Million, zu tun, wenn wir hier an unserer Strecke weiter arbeiten wollen. Oder vielleicht nochmal unabhängig vom letzten Mal gucken, wie wir überhaupt fahren wollen würden. Vielleicht kriegen wir das Ganze ja günstiger hin, als ich das beim letzten Mal hatte. bringt uns das was, wenn wir den Tunnel mit benutzen. Weil das könnte günstig werden. Vielleicht den Tunnel und dann hier hoch. Gut, das braucht wieder ein bisschen Leistung. Aber der Tunnel damit... Na gut, das kann 1,5 Millionen. Auch wenn wir den Direktor dran haben. Ja, die Linie wäre direkt da dran. Okay, das wird ziemlich teuer. Was bringt uns das, wenn wir hier dran kommen? Aber wir könnten natürlich auch hier auf die Linie. Dann hätten wir das Problem mit dem Tunnel nicht. So wären wir bei ungefähr 500... Na, sagen wir mal 600.000. Und dann müssten wir hier hoch hinten ran. Gut, das sieht zwar jetzt extrem schäbig aus, aber wäre ein erster Eindruck, dass es funktionieren würde. Müssten wir vielleicht den Gleisanschluss hier mal verändern. Aber das wäre auf jeden Fall die günstigste Variante. Gut, die Wahrscheinlichkeit, dass die Züge dann mal stoppen müssen, ist gegeben. So wie jetzt zum Beispiel die beiden gerade. Ja, wir könnten hier ran. Müssten wir natürlich mit dem zweiten Gleis oder mit dem rechten Gleis dann auch wieder wieder dran, damit wir hin und weg kommen. Aber ich könnte mir forschen, dass das auf jeden Fall die günstigste Variante wird. Erstmal. Natürlich könnten wir später hier geradeaus durch. Aber nochmal angedeutet durch diesen Berg durchzufahren, hatten wir glaube ich auch mal 8 Millionen oder so an Kosten. Jetzt gerade sind es 9,7. Ist auf jeden Fall Geld, was wir nicht haben. Ich glaube es macht auch Sinn, das Ganze hier fast in einem zu machen, damit wir den Tunnel haben und wir ungefähr auf derselben Höhe die ganze Zeit fahren. Ja, das gefällt mir. Können wir noch ein Stück zurück? Ah ne, das wird dann direkt wieder... Aber dann wird es gleich teuer. So, jetzt sind wir auf dem Gleis schon drauf. Okay. Ja, wir sind halt ziemlich nah jetzt am Bahnhof. Heißt, wenn hier ein Zug warten muss, wegen Beliefern... Ne, eher wegen Abholen, würde der Personenzug halt auch warten. Aber sonst würden wir jetzt hier hinkommen und... Oder noch ein Stückchen und würden dann halt hier rauf kommen. Ja, könnte auch hinhauen. So, jetzt können wir mal gucken, wie lang ist denn so ein Zug, weil das würde ich glaube ich bevorzugen. Ja gut, die Züge werden irgendwann noch länger und noch länger. Aber dann haben wir vielleicht auch das Geld... Ja komm, ein Stückchen machen wir noch. So, und vielleicht kriegt man ja auch hier eine Doppelkreuzweiche hin. Okay, so geht es schon mal nicht. Ich mach mal kurz das Signal hier weg. Nicht, dass wir am Ende genau daher wollen und das nicht geht. Ich glaube es macht mehr Sinn, wenn ich von dem Gleis runterkomme. Ja gut, so würde es jetzt gehen. Wir würden stark abbremsen. Komm, das kostet 17.000, das probieren wir mal ganz kurz. Und würden, wenn wir wieder aufs Gleis wollen, würden 82 fahren. Ja, das ist auch noch okay. Ja, dann wäre das jetzt unsere Verbindung schon mal. Mache ich mal die Signale wieder hin. Und zwar brauchen wir das Signal, wenn der Zug warten muss. Und hier nochmal eins. Und hier wird schon gewartet. Okay, das würde passen. Geld sieht auch gerade ganz gut aus. Gucke ich nochmal ganz kurz. Ja, wir haben jetzt letzte Folge Züge freigeschaltet, die 100 kmh schaffen. Haben die drei Achse, die würden das auch fahren. Gut, wir haben ein bisschen Verkehr. Haben wir schon mit vier Zügen. Also hier wird jetzt schon das zweite Mal gewartet. Ja, wir fahren hier mit 60 kmh. Das passt ja auch noch, weil wir Abteilwagen haben, die genau 60 kmh fahren. Da haben wir keine Einbußen. Dann nehmen wir die. Das heißt, wir bräuchten jetzt eine... Ja, solange wir die Strecke jetzt nicht modernisieren. Ja, wir können ja mal gucken. Vielleicht... Also, ich hätte jetzt eine 60 kmh Kurve. Ich kann ja mal gucken, ob wir es vielleicht schaffen, sogar 100 zu fahren. Ja, das wird zu viel. Ah doch, so wäre es jetzt 100. Das wäre allerdings... Außen. Dann können wir irgendwann hier mal die Schienen upgraden auf... Doppeltes Segment. Ja gut, dann fahren die eben halt mal ein bisschen langsamer rein mit 72 kmh. Ist auch okay, weil jetzt haben wir erstmal 60. Ne, wenn wir hier irgendwann 100 kmh fahren wollen würden, für die Anlieferung... zur Brotproduktion... Dann können wir hier auch upgraden und hätten halt... Und hätten halt nicht, dass wir uns... Da gegenseitig aufhalten würden, von der Geschwindigkeit her. Weil sonst fährt der Personenzug mit 60 kmh... Und unser anderer... Unsere Anlieferung mit 100 kmh. So, wo sind jetzt die Züge? Gerade keiner da. Dann pausier ich mal ganz kurz. Dass wir das Ganze hier jetzt ein bisschen anders machen. Da kommen wir jetzt nicht drum herum. Ich glaube, die müssen beide weg, ja. Und ich werde einfach versuchen... von der Stelle hier... auf die neuen Gleise... Ja, die Frage am Ende wird immer noch sein, ob wir den Bahnhof... Vielleicht irgendwie auch... Also, dass der Bahnhof vielleicht irgendwann woanders hinkommt. Aber würde ich sagen, dann beschäftigen wir uns, wenn wir... Geld überhaben. Ja, wir fahren gerade 60 kmh. Das passt nämlich noch. Jetzt haben wir nämlich gerade... 66 kmh als Minimum. Das hat der jetzt noch als Fehlermeldung... Okay, kann das Gleis bestimmt nicht. Ich finde, ich gucke sofort. Du hältst am besten dann noch einmal... hier. Arthur müsste dann Gleis 2 sein. Ja, keine Warnung. Perfekt. Denn Gleis 1 brauchen wir dann jetzt, um nach Wiel zu kommen. Ich würde sagen, wir kommen aus dem Bahnhof raus. Ich kann jetzt auch weitermachen, damit wir weiter Geld kriegen. Ich glaube, wir bleiben erstmal hier an den Schienen dran. Damit wir 66 kmh wenig fahren könnten. Ja, und das sollte jetzt reichen, oder? War das schon zu viel? Ja, war schon ein bisschen zu weit. Okay, können wir leider kein Geld sparen werden. 20.000 machen wir das einfach so. Es wird die Straße fast schon wieder kosten, wenn wir sie da hinsetzen würden. Also wäre die Strecke jetzt auch fertig gut. Sieht natürlich jetzt nicht gerade, oder ist jetzt gerade nicht schön mit der Kurve. Weil da wird der Zug auch lange unterwegs sein. So, machen wir schon mal die Linie fertig. Dann haben wir die. Welches Depot können wir anschließen? Haben wir hier überhaupt 1 in Martu? Ne, das sieht schlecht aus. Du bist auch in die falsche Richtung. Kommen wir hier noch gerade raus. Ja, das sieht noch gut aus. Ist das hier alles auf einer Höhe? Ja, doch, das kommt hin. Dann könnten wir hier vielleicht mit einem Depot arbeiten für alle Schienen. Wir müssen jetzt auch nicht Höchstgeschwindigkeit fahren, oder? Ach komm, wenn es passt mit 120, 194 kmh. Und ich denke mal, man sollte es schaffen von hier bis auf das Gleis am Ende noch zu kommen. Dann können wir ja gleich mal gucken. Oder können wir auch eigentlich jetzt machen. Weil dann haben wir das. Dann gehen wir jetzt bis hier mit zur Weiche. Lassen wir das nochmal ganz kurz an. Und erstmal kurz aus dem Bild. So, damit haben wir jetzt die anderen Gleise. Das Gleis brauchen wir nicht mehr. Hier müsste ja eine Doppelkreuzweiche gehen. Genau. Sind nur 50 kmh. Aber für die einmalige Verwendung oder vielleicht die zweimalige Verwendung. Ja, das kommt so gerade eben hin. Hier kommen wir aufs Gleis. Hier sind wir auf dem Gleis. Hier kommen wir auch. Perfekt. Ja, dann hätten wir jetzt ein Depot und könnten alle Züge in Wiel starten lassen. Gibt glaube ich auch schlechteres. Gut, jetzt haben wir dann sechs Gleising Bahnhof, den wir erst in Folge X mit sechs Linien sehen werden. Ja, dann fangen wir jetzt auch hier an. Von hier nach Matu. Mal gucken, ob der auch hier richtig fährt. Ja, das sieht gut aus. Muss gerade einmal überlegen. Weil das sieht hier fast schon so aus, ob da zwei Farben drauf wären. Aber kann ja nur eine sein. Habe ich die mit RB benannt? Ja. Und ich kann Wiel immer noch nicht schreiben. So, das hätten wir. Haben wir hier schon eine Linie gemacht? Ne. Ein Depot haben wir aber schon gekauft. Aber noch keine Linie gemacht. Okay, hier werden die Busse auch einige Zeit unterwegs sein. Wie viele Einwohner haben wir in Wiel? Wie viele Einwohner haben wir in Wiel? Ach, jetzt fahren wir natürlich schnell. Dann mache ich mal ganz kurz langsam. Sie wollen hier noch Busse. Brauchen wir hier noch Busse? Warum warten wir hier nicht so viele? Alle auf die Tram? Ne, auch ein bisschen auf die Busse. Ja, das ist die Trams suche. Wir können ja gleich mal gucken, wie viel die Trams an Geld machen. Weil die fahren immer voll. Nachdem wir die auch zweimal erneuert haben, fahren sie immer noch voll. Okay. Ja, ich würde sagen fünf Waggons. wie eigentlich immer am anfang sind schon 5 50 leute dann die mitfahren zwei kommen wir wollen ja wachsen ab auf die linie ich würde sagen wir fahren auch einfach dann direkt damit machen auf zwei gucken mal ob das reicht halt einmal gucke ich noch mal ganz kurz leistungswertung ist gut das sieht gut aus fährt natürlich auf oder gott sei dank aufs erste gleis gut wir nehmen jetzt natürlich keine person mit so schnell sind die busse nicht auch wenn da gerade einer lang gefahren ist aber die leute wüssten ja nicht warum sie mit dem zug fahren sollen ich hoffe das spricht sich jetzt langsam rum ich gucke auch immer mal nebenbei unten rechts hin ob wir auch wirklich 60 km fahren aber sollte ja eigentlich der fall sein weil ich die ganze zeit eben gebaut habe auch wenn es ein bisschen mehr gekostet hat hat drückt aber hier ein bisschen das bild das sieht so aus als ob da gleich bei der tunnel zu ende ist und bei der anzahl an lampen müsste es auch eigentlich stockdunkel sein mal gucken ob da da sieht man es jetzt ob das bei transport fiver 2 dann anders wird könnte ich mir sogar vorstellen weil bei brücken war ja auch ganz am anfang dass man nicht durch sehen konnte auch wenn die nur ganz kurz waren das hatten sie ja dann auch irgendwann mal gepatcht also denke ich mal tunnel wird eine baustelle sein um die sie sich kümmern werden ich weiß gar nicht habe ich gerade einen tunnel mod drin ich weiß es nicht aber ansonsten hat man ja auch keine auswahl oder ich glaube man hat ein zwei sachen die sich mit der zeit ändern aber ich glaube sonst sind die tunnel alle gleich aus und viele leute wollen ja auf hügelig spielen und ich denke mal dass sie da auf jeden fall was patchen werden oder da mehr vielfalt reinbringen werden rechts der große see den wir hoffentlich irgendwann mal überqueren können auch wenn uns das ganze aber stimmt wieder über 100 millionen kostet wie in der alten staffel da haben wir auch richtig viel geld ausgegeben für die eine überquerung da gut da war es nicht ganz so breit allerdings dafür umso höher ja die 60 kmh fahren wir jetzt ganz entspannt ich hoffe ich mache nicht irgendwann den fehler oder schnell den fehler dass ich jetzt sage ja komm wir packen hier wir wollen hier die 100 kmh züge haben die güter züge haben und dass ich den direkt wieder ersetzen muss sondern dass das ganze jetzt einfach mal zehn jahre so läuft müssen wir warten oder ist der zug rechtzeitig weg er ist rechtzeitig weg von vorne kommt auch keiner wir haben das signal hier gucke ich gleich noch einmal wieder die linien ok bevor ich das vergesse wir haben neue busse ok das sieht auch gut aus dann fahren wir jetzt die schöne kurve ja ich glaube der personenzug hier vor uns der ist er in martu oder hat er noch eine kurve also wir fahren auf jeden fall glaube ich direkter doch das scheinen wir zu gewinnen oder er zieht jetzt an und da geht das signal schon hoch ja die rupel die kommen irgendwann alle weg ja haben wir ganz knapp gewonnen das rennen bringt uns natürlich kein geld ups hier fahren 48 mit die müsste ich eigentlich mal modernisieren dass die mehr 30 jahre alter wird auch jetzt denke ich mal eine meldung kommen neun monate alt der zug hat neun monate für diese strecke gebraucht und nimmt null leute mit das lohnt sich ja und hier hinten am bahnhof wartet ganz genau eine person und die busse fahren voll ausgelastet wenn du jetzt losfährst und dann immer noch null dann kommst du auch wieder ja also das scheint sich ja richtig zu lohnen ja da müssen wir einfach mal gucken aber ich würde sagen wir machen heute mal eine kurze Folge man hört vielleicht auch ein bisschen an meiner nase ist leicht zu aber ich hoffe das hat man jetzt nicht sehr sehr gehört ich bedanke mich trotzdem fürs zusehen jetzt haben wir das mega projekt fertig mal gucken ob es ein reinfall wird wenn keiner die strecke fahren möchte ist natürlich auch blöd oder wir müssen halt schnell gucken dass wir da industrie hinbekommen aber ich würde sagen all das gucken wir nächste folge bis dahin bis dann bis dann